Peter, du bist ja als unser passives Mitglied von außen hoch unterbrach. Das heißt, wir werden nachher noch eine Aufgabe zuteilen kommen. Aber zuvor möchte ich mir ein Lied präsentieren, das hat sich die drei Dochter unbedingt wünscht. Die haben wir ganz frisch aufgelegt, ich glaube zweimal hoch. Also wirklich ganz, ganz frisch. Und losgeblieben. Euch prämt die Ampel drüber zu. 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 Ampel drüber. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020